Was ist die Bucinkan-Kampfkunstschule in Wolfsburg? Wir trainieren montags und mittwochs jeweils ab 19 Uhr und unsere genauen Zeiten und Auskünfte erfahren Sie unter www.kampfkunst-in-wolfsburg.de Raus, über die Schulter. Visuell für das Gesicht jetzt mit dem Arm ein Torbüten, ein unterbiegens Tor durchgehen und die Richtung beibehalten. Okay, dann mal alle kurz probieren.